So, wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe, nämlich jetzt machen wir wirklich zerstöre verfluchte Wohnmöbel. Jetzt habe ich schon rausgefunden, wie die aussehen und wo man sie findet. Dazu gehen wir rein in Gruppenkeile, aber nicht auffüllen. So, ich hoffe ihr habt die anderen Videos schon gesehen, wo ich den Sturmkönig besiege und so. Also das Event gefällt mir bisher richtig gut. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr bis jetzt das Event so? Also allein schon der Kampf gegen den Sturmkönig ist echt legendär in meinen Augen. Also ich glaube sowas hatten wir in der Art wirklich noch nie. So, dann wie ihr seht, ein Abonnent ist wieder abgesprungen. Grüße gehen raus, auch an der Stelle. Wir haben fast die 1000 Abonnenten erreicht, was bedeutet, wenn alle Aufgaben fertig sind, werde ich wahrscheinlich schon live schon starten und da werden wir auch den ersten Skindern verlosen. So als kleines Dankeschön. Wenn ich dir schon öfters helfen konnte, wie gesagt, lass mir gerne ein Abo da, kostet dich nichts, unterstützt das Ganze. Dann, wenn du von mir einen Skin haben willst, schreib mir bitte unten in die Kommentare und vor allem schick mir eine Freundesanfrage an. Ihr seht oben links den Namen, yt-familyhack. Familyhack, das ist nämlich ganz wichtig, weil ich kann euch nur ein Skin schicken, bzw. schenken, wenn wir schon zwei Tage befreundet sind. Ansonsten funktioniert nämlich das Ganze nicht. Also wie gesagt, nicht vergessen die Freundesanfrage rauszuschicken. Und bitte fragt mich nicht, ob ich euch einladen kann, weil sonst hab ich den ganzen Tag damit zu tun. Weil ihr wollt ja was von mir, also einfach Freundesanfrage rausschicken, wie gut ist. So, wir gehen direkt mal rein in die liebe Map. Stadt, 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 wo wollen wir denn hier in Stadt? Dann können wir eigentlich direkt nach dem Park runter gehen. Weil, so wie ich jetzt gelesen hab, sollen die in allen Häusern drin sein. Aber, das sind halt sozusagen schwebende Möbel. Das ist damit gemeint. Aber, wir gucken natürlich, dass wir jetzt so ein Möbelstück auf finden. Weil, erzählen kann ich euch viel. Und am Ende findet ihr nämlich doch nicht. Und dann wisst ihr nämlich doch nicht genau, was ihr machen sollt. So, erstmal die chillige Musik jetzt. Das ist mal eine ganz entspannte Musik, muss ich sagen. So. Dann gehen wir mal raus. Und natürlich mit dem Sturmkönig leveln, ist da natürlich die beste Variante zur Zeit, glaube ich. Mit Gruppenkeile selbst. So, ich hoffe, hier landen jetzt nicht zu viele. So, Kisten und so interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Sondern, ich brauche schwebende Möbel. So, Eingang vom Haus. Muss man natürlich auch erstmal finden. Ja, ein bisschen was an Waffen brauchst du schon. So. Hier ist nichts. Ah, hier. Ihr seht ja, das ist ein schwebendes Möbelstück. Es schwebt halt. Und das ist damit gemeint. Zack. Eins von fünf. Also im Prinzip, ihr werdet es wahrscheinlich eh von alleine hinkriegen, weil die meisten hauen eh das halbe Haus klein. Wir kennen es ja. So, wir gucken doch gerade, ob hier noch irgendwas drin ist. Wie gesagt, mir geht es jetzt nur darum, hier schwebende Möbel zu finden. Ich weiß auch noch nicht genau, was alles schweben kann. Also bis jetzt hatten wir eine Kommode. Einen Stuhl habe ich auch schon gesehen. Wie gesagt, das interessiert mich jetzt hier alles nicht. Kisten sind mir halt gerade wirklich egal. So, das Haus haben wir. Jetzt hoffe ich, dass er nur auf die Kiste gegeiert hat. Ich glaube, er hat auch auch nur auf die Möbel geguckt. Ja. Was sind denn hier auch so viele, ey? Also so wie ich gelesen habe, sind die halt nur in normalen Häusern zu finden. Wie es aussieht, war das doch schon hier mit der Runde. Steht hier irgendwas? Ne. Ich muss sagen, die Städte haben sie schon gut gemacht. Hier war auch schon einer drin. Hier hat auch schon einer, alles kurz und klein gehauen. Also ihr müsst halt gucken, sucht euch am besten eine Stadt aus, wo halt gerade keiner landet. Am besten halt ziemlich am Ende von der Route. Wie gesagt, wir kamen ja von hier, aber komischerweise sind doch erstmal alle hier gelandet. Also wie gesagt, den schwebenden Gegenstand habt ihr ja gesehen. Davon müsst ihr fünf Stück halt kaputt machen. Ich würde halt Gruppenkeile empfehlen. Man kann es natürlich auch im Solo-Modus machen. Ist ja kein Problem. Und wie ihr seht, hier wird alles kurz und klein gehauen. Scheiß auf die Kisten. Jeder will einfach nur looten. Beziehungsweise die Möbel kaputt haben. Und das war's. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich nur einen Stuhl gesehen. Beziehungsweise einen Stuhl und eine Kommode. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwas anderes schwebendes gesehen habt. Couch, Bett. Das mal, vielleicht braucht man gar nicht immer hochgehen. Unten reicht. Wenn dann nur die Stühle und die Kommunen schweben, reicht der dann komplett. So, ich quatsche euch auch nicht weiter zu. In dem Sinne viel Spaß mit der Aufgabe. Und man sieht sich eventuell bei der nächsten. Und haut rein. Und wie gesagt, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.